Macht eigentlich die Gabe von Kohletabletten bei Vergiftung durch Blausäure auch Sinn als Erste-Hilfe-Maßnahme? Dazu gleich mehr. Kohletabletten sind ja die Erste-Hilfe-Maßnahme bei Vergiftungen. Leider gilt das nicht für Blausäure-Vergiftungen oder Vergiftungen durch Frostschutzmittel zum Beispiel. Und eine Blausäure-Vergiftung kann Ihr Hund durchaus schon mal bekommen, wenn er auf Steinobstkernen herumkaut. Also zum Beispiel auf Aprikosenkernen, Pfirsichkernen, Nektarinenkernen und so weiter. Also da kann sich dann Blausäure freisetzen und dann einfach nur zum Tierarzt, ohne vorher Kohletabletten zu verabreichen. Und wenn Sie sich jetzt sagen, jetzt hat mein Rottweiler auf einem Kirschkern herumgeknabbert, das wird so schlimm ja nicht sein. Rufen Sie lieber im Zweifelsfall einfach nochmal bei Ihrem Tierarzt an oder in der Tierklinik. Natürlich ist es ein Riesenunterschied, ob jetzt Ihr Chihuahua auf einem Kirschkern herumknabbert oder Ihr 60-Kilo-Hund. Also lieber einmal zu viel als einmal zu wenig in der Tierklinik oder bei Ihrem Tierarzt anrufen. Das ist ein Riesenunterschied, das ist ein Riesenunterschied, das ist ein Riesenunterschied.